Ah, die kommen runtergesippt hinter dir. Hab ich. Och, die Waffe. Hab einen. Hab noch einen. Noch einen. Nein. Noch einen. Noch einen. Die kommen ja alle. Oh ja. Sehen nicht. Leute, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Heute gibt es endlich mal was anderes als die PP29. Ich habe mir jetzt endlich auf Rang 47 die VK freigeschaltet. Da habe ich jetzt schon die ganze Zeit drauf hingearbeitet. Das Teil ist halbautomatisch, hat aber eine hohe Feuerrate von 450. Das heißt, man kann die durchtriggern wie eine M1A1 aus Battlefield 5 oder wie eine FAL aus COD. Das Teil macht übertrieben viel Spaß und ist wirklich gleichwertig mit der PP29. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie besser ist. Wenn man Headshot macht schon. Wenn nicht, dann kommt es aufs Gleiche hinaus. Es ist auf jeden Fall eine verdammt gute Konkurrenz für PP29. Wie gesagt, das muss ich glaube ich nicht erwähnen, spielt jeder, ist so das OP-Ding momentan. Beziehungsweise, sie ist am einfachsten zu spielen. Damit kommt irgendwie jeder gut klar. Ist so die Casual-Meter-Waffe. Aber die VK, wie gesagt, wenn man es ein bisschen reinbekommt, dann ist die definitiv gleichwertig. Wenn nicht sogar hier und da mal auch ein bisschen besser. Ich kann euch das Teil vor allem für Abwechslung zwischendurch echt empfehlen. Man braucht zwar die guten Aufsätze, den langen Lauf, das cleane Visier und das eine Magazin, was mehr Schaden macht. Das braucht man, aber ist mittlerweile wieder ganz einfach. Kann man wieder gegen Bots machen. Also jetzt zumindest momentan zählt es wieder gegen Bots. Spielt man zwei, drei Runden und dann hat man die Waffe auf Maximum von den Aufsätzen her. Am Anfang seht ihr jetzt noch ein paar Sachen mit PP29. Da war ich noch ein bisschen am Leveln. Aber dann bin ich auch sofort mit der VK reingegangen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ah ja und wenn es euch gefällt und ihr keine weiteren Battlefield 2042 Videos verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Auch gerne einen Daumen nach oben. Freue ich mich riesig drüber. Jetzt geht es aber los. Ich komme. Ja. Kann ich mich retten? Alter, da kommen richtig die Assists reingeschallert. Weiter, weiter. Oh mein Gott, es geht weiter, weiter, weiter. Oh, da schallert es wieder böse rein. Ich habe nur keine Balskis mehr. Oh, da kommen sie wieder rein, da kommen sie wieder rein, die Assists. Oh ja. Ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich nicht heilen. Es heilt nicht. Es heilt nicht. Ich habe viermal geschossen. Ich kann mich nicht heilen. Ach, wir nehmen das schon ein. Wir haben noch 244 Tickets übrig. Ich sitze hier mit der Drohne. Ich kriege es kotzend. Alter, schallert das böse rein. Das nach dem Update. Oh, der Killfeed. Haha. Ist der eskaliert? Ich nehme meine Dings. Ich weiß gar nicht, wie viele sind rein. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Ist er mir entgegen auf dem Dach? Ach nee, ist ein Mädchen, der den Duckpack hat. Ja. Wir haben da eine Bande. Die benutze ich einfach auch. Der Duckpack ist so funny auch. Das ist lustig. Ja, außer wenn man ihn selber hat. Ja, das ist doof. Aber es ist lustig, wenn sie an einem vorbei ducken. Komm jetzt von hinten rein. Gebt mir einen Ball. Gebt mir Ball. Alles gut. Er gibt mir keinen Ball. Danke für den Ball Call. Er hat mir keinen gegeben. Und kommt noch was. Ah nein, ich habe die Geräte ohne. Bruder, ein Headshot Burst mit der Waffe macht Bock. Ja, macht Bock. Besser als BP29, sagst du. Das ist auf jeden Fall vergleichbar. Ich denke, ein paar Aufsätze. Du darfst nicht vergessen. BP29 spielen wir seit early. Ja, die habe ich fast auf rot. Na. Ja, die habe ich auch fast auf rot. Du brauchst eine Heilung. Danke. Sehr wichtig. Oh, da kommen nochmal zwei. Oh, ich habe beide. Oh, Egan hat kein Elm. Ich habe einen Flash-Spieler vor mir gehabt. Nein, nicht weglaufen, Bruno. Ich habe kein Dings gehabt. Ich habe dich Bruno genannt. Du hast mich Bruno genannt. Nicht weglaufen, Bruno. Ich habe nur sechs Schuss. Ich muss nachladen. Wer sind welche? Manche würden jetzt sagen, schlechte Hit-Rack gerade. Aber ich habe einfach nicht geburstet. Schlechte Hit-Rack. Ist da oben einer noch? Weiß ich nicht. Ich bin auf 17er-Streak oder so 100. Wer ist Level 70? Der andere Level 61. Pass auf. Achte unten aufs Rohr gleich von unserem Heli. Ja, ja, das wird wackeln. Das sind die kleinen Dinger. Das sind die kleinen Dinger, Agu. Was sind denn hier die Massen? Kannst du mal ein paar Balzkis werfen, Agu? Wirf hier oben mal ein paar Bolz rein. Ja, es schmeckt. Hört doch mal auf mit dem Mist. Die Stinger ist so hart, aber du kannst Tee fliegen, kannst Tee fliegen. Geht auch wenn die einem so auf die Nerven gehen. Ich stehe 551. Funktioniert wunderbar. Da kriege ich grad Big Points. Ich glaub unten durch. Ich hör mal nach unten. Huuuuh! Oh Leute, ich hab alle geholt! Oh. Ich krieg mal nen Ball. Oh, ich liebe diese Flanks. Ich liebe diese Flanks. Ich fahr hier mit den Jungs auf den Fahrstuhl. Wir machen das, ne? Oh mein Gott, hier steht ein Auto vor dem Fahrstuhl. Ich krieg's kotzen. Ich komm von oben, ich komm von oben. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Doch, jetzt geht's wieder. Ich konnte nicht schießen, ich stand vorm Gegner. Bei mir konnte er aber auch nicht schießen, der Gegner. Mein Gegner konnte schießen. Okay. Das war funny. Ah, da war einer. Oh, hier ist auch einer. Jeder muss wieder hoch. Er stand hier irgendwo. Da steht er. Ah, wie schnell die umfallen. Das ist so lecker schmackifatz. Hallo. Kann den Gegner schon Sensorball nicht kaputt schießen. Oh, hier kam gerade einer runter. Vielleicht nimmt er jetzt die Treppe. Wie ich gerade. Er hat mich gar nicht gesehen. Ich bin immer noch hinter den. Ich bin immer noch hinter den Akku. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Aua. Gott, diese Waffe. An-Sneaken ist hier echt nicht. Der dreht sich hier safe gleich um. Er hat sogar wirklich einen Riecher gehabt. Okay, ich gucke mal, ob ich mich hier ein bisschen durchschleichen kann. Ist der gut? Drei vor dir. Hier ist einer. Drei! Drei! Ich gucke mal, ob ich da rüberkomme. Rechts von dir? Ja, ich habe den vor mir. Rechts auch noch. Ich gucke, ob ich im Berg hochkomme. Können wir auf den Kran hochzippen. Ich glaube der... Ah, du blockst! Kannst du mich heilen? Da oben bist du ja... Ab den! Kannst du mich retten? Äh, der aimt uns immer noch ab. Ich versuche runterzukommen hier in die Büsche. Liegt an einem Busch. Guck mal, ob ich hier einen kleinen Flank raushasseln kann. Ne, er weiß auf jeden Fall Bescheid hier. Also das jetzt ohne Sensorbälle wäre echt insane. Und ohne Leute, die Platten spielen. Die sitzen hier alle in den Büschen. Die sitzen hier alle in den Büschen. Alle in den Büschen! Und da ist ein Geschütz. Das sitzt auch in dem Busch. Ja! Der ist ja hinterm Stein. Er weiß auch, dass ich hier bin. Weil überall Bälle liegen. Habe einen aus dem Hoverkraft raus. Guck, ob ich jetzt hier einen kleinen Flank starten kann. Das wäre insane. Ah! Oh Gott! Habe ich nochmal zwei? Ah, komm Spritze. Heil mich! Einmal! Komm! Heil mich! Danke! Insane, wenn sie macht, was ich will. Den habe ich. Die kommen hier langsam vor bei mir. Mit dem Boot direkt. Die kommen hier wieder B2 rein. Halt einfach nur ein bisschen rein. Hinter dir, Mate! Oh Gott! Granaten. Granatenregen. Fahren wir schön außen rum. Ich würde es nicht einnehmen. Ah, die kommen runtergesippt hinter dir. Habe ich. Och, die Waffe. Hier ist einer. Ich bin runtergefallen. Okay. Hier ist noch einer. Oh ja. Ich glaube, hier hätte die Karte ein bisschen mehr Entdeckung vertragen können. Wollen wir von hinten kommen? Jetzt hier nicht hier rein? Oder? Der läuft auch nicht rein. Ich sag's ja nun. Vor uns auch noch. Habe ich. Ein zweiter Nachnamen. So, hinter uns ein Boot. Da drüben habe ich einen. Da drüben habe ich noch einen. Noch einen. Wir sollten runter. Hier oben ist echt kacke. Guck mal hier hinten irgendwie rum. Hier hinten können wir die flankieren. Wir können hier flankieren, Akku. Ich bin schon eine Ebene weiter unten. Okay. Ich bin auf derselben Ebene. Aber hinter den. Hinter dir. Habe ich. Habe ich. Oh, der braucht noch einen Schuss. Habe ich. Ein AP. Sonst sehe ich da keinen mehr. Ich brauche dringend einen Muni. Hast du noch Muni? Ja, wenn meine Tastatur. Auf der anderen Seite oben. Habe ich. Habe ich. Ich muss auf der anderen Seite gucken, ob ich hier durchkomme. Hinter uns. Da oben ist einer. Ob hier unten noch welche sind. Hier habe ich einer gewischt. Ah, es weiß wieder alles, dass ich da bin. Ja, es sind wieder tausend Leute bei mir. Hier. Er pusht mich. Ich habe ihn. Den habe ich. Da kommen noch welche bei dir, oder? Ich bin auf mich geballert. Explodieren die auch? Oder liegen die da nur? Ne, das ist so eine Splitter-Sprühgranate. Okay. Er spielt Platten. Er kommt hier auch rein. Kannst du mich heilen? Ja. Da unten kommt noch einer. Stimme mal kurz. Er ist tot. Ah, jetzt laufen sie da hinten über die offene Fläche. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!